Hallihallo! Ja, es gibt viel Neues in meinem Shop zu entdecken und ich möchte euch heute ein kleines Gimmick vorstellen und das sieht so aus. Ich bin gespannt, ob ihr wisst, was das ist. Und zwar haben manche die Problematik, dass hier dieser Pümpel, sage ich mal, oder dieser Knopf aus dem Mixtopfgriff verschwunden ist, ausgegangen ist und sich nicht mehr befestigen ließ. Und jetzt hat sich die Firma Wundermix etwas Schlaues überlegt, nämlich den Wunderbutton. Und den gibt es in mehreren Ausführungen, also das war jetzt der grüne gerade, es gibt ihn auch noch in dem lila, was ihr eventuell kennt, auch von zum Beispiel dem Silikondeckel. Es gibt eine Graue Version und die gibt es einmal mit und einmal ohne das Wundermix-Logo. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie einfach ihr den Wunderbutton befestigt. Ich nehme jetzt einfach mal den grünen hier und den schiebe ich einfach nur in den Griff ein und fertig ist das Ganze und ich habe nicht mehr mein ärgerliches Loch. Also, nur ein kleines Gimmick, aber mit großer Wirkung ab sofort bei mir in meinem Shop. ...